Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farrell und in diesem Video schauen wir uns die Top 5 Dividendenaktien für 2024 an. Es ist ein sehr, sehr spannendes Jahr, vor allem für Dividendenaktien, wie ich finde, denn ich habe hier fünf Stück rausgesucht, die wirklich sehr gutes Potenzial haben und natürlich, wie immer, keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung, aber du wirst wahrscheinlich gleich verstehen, warum ich die ausgewählt habe. Das Ganze, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung und schreib auch du gerne mal jetzt in die Kommentare, welche denn deine Top Dividendenaktien für das Jahr 2024 sind. Ich bin sehr gespannt drauf und jeder Kommentar bekommt eine Antwort von mir. Ja, wir beginnen mit dem ersten Unternehmen und das ist in dem Fall Pfizer. Und Pfizer ist 2023 sehr gut unter die Räder gekommen, dementsprechend günstig aktuell und ein absoluter Turnaround-Kandidat. Wir haben grundsätzlich mal fundamental eine Marktkapitalisierung von 147 Milliarden Euro, Kursgewinnverhältnis von 15, also wirklich nicht besonders teuer, 5,84 Prozent Dividendenrendite, also auch das sehr, sehr schön. Und die Dividende wird seit rund 13 Jahren schon gesteigert und das pro Jahr um rund 5,14 Prozent in den letzten zehn Jahren. So, also das passt schon mal alles sehr, sehr gut für eine Dividendenaktie und hier hat man halt zusätzlich noch Turnaround-Kandidatenpotenzial, denn wir haben hier eine sehr, sehr gute charttechnische Position, wo eben eine Unterstützungszone lauert. Das heißt, hier ist das Aufwärtspotenzial größer als das Abwärtspotenzial meiner Meinung nach und nach der Charttechnik eben auch und Pfizer wurde eben extrem abgestraft, weil eben die Ziele nicht erreicht worden sind, Ausblick ist ein bisschen gesenkt worden und so weiter. 2021 und so weiter war ja ein extrem starkes Jahr wegen der Kooperation mit Biontech und so weiter, aber das ist eben aktuell wieder sehr, sehr stark am Zurückgehen, das ganze Geschäft. Und von daher, ja, dementsprechend auch der Zusammenbruch hier bei Pfizer so ein bisschen, aber grundsätzlich, wir haben ja immer noch ein sehr solides Unternehmen, was eben auch vor 2021 und so weiter schon gutes Geld verdient hat mit den kleinen Wunderpillen, dem blauen für den Mann und so weiter und eben auch noch vielen anderen Dingen. Und wir sehen hier auch schon, dass, ja, in den letzten zwölf Monaten nicht viel ging, nämlich außer nach unten, aber wir haben hier eben die 50-Tage-Linie, das ist die gelbe Linie, wenn wir da mal nachhaltig auch drüber kommen, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus, denn da haben wir eben, wie gesagt, einen guten Widerstand aktuell, aber eben auch von unten eine Unterstützungszone, also es bleibt spannend, aber bei der fundamentalen Lage gehe ich davon aus, dass es eher aufwärts geht und in dem Fall eben Dividende plus Turnaround-Kandidat. So, jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, bei dem läuft's und läuft's und läuft's und läuft's und läuft's, die habe ich auch schon in meinem Depot drin, Gott sei Dank auch schon seit 2020, 2021 und hier würde ich tatsächlich, wenn die mal groß fallen sollte, wenn das mal irgendwie passiert, ich gehe nicht davon aus, dann würde ich hier wirklich hoch fünfstellig oder sechsstellig reingehen, weil das ist wirklich so ein Top-Qualitätsunternehmen, nämlich Linde und, ja, 370,65 Euro kostet die Aktie aktuell und ihr seht es vom Chart komplett unbeeindruckt, gut 2020, da wo die gesamte Weltwirtschaft einmal komplett zusammengebrochen ist, ja, da ging es mal unten nach unten, aber auch nicht so krass wie bei anderen und das ist halt einfach ein absolutes Qualitätsmerkmal und Linde, ein riesengroßer Konzern, vor allem für Chemie, Gase und so weiter und 180 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, Kursgewinnverhältnis von 33, was jetzt erstmal viel klingt, aber für Linde eben, ihr seht's am Chart, einfach vollkommen fair bewertet ist und 0,32 Prozent Dividendenrendite, also nicht besonders hoch, aber dafür, wie gesagt, schönes Kurswachstum noch dazu und seit 31 Jahren wird die Dividende gesteigert und das um rund 8 Prozent pro Jahr, also auch das wirklich ein absolutes Qualitätsmerkmal und auch hier zum Beispiel für diejenigen, die unbedingt sagen, ich muss jetzt unbedingt Wasserstoff in meinem Depot drin haben, dann geht auf Linde, denn Linde ist jetzt zum Beispiel nicht so spekulativ wie Plug Power, Nell Asa und so weiter, die sind auch gut meiner Meinung nach, aber eben wesentlich spekulativer. Und das seht ihr auch hier, Linde läuft und läuft und läuft, während hingegen zum Beispiel Nell Asa und Plug Power und so weiter schon ja dieses oder letztes Jahr 2023 extrem zusammengebrochen sind und ja, das ist wie gesagt einfach so die solideste Wette quasi im Bereich Wasserstoff, aber eben noch viel, viel mehr und deswegen ein absoluter Big Player, der auch 2024 gut performen wird, meiner Meinung nach. So, kommen wir zu einem anderen Big Player, nämlich Johnson & Johnson, hier gibt es eine sehr, sehr interessante charttechnische Position, wo wir uns gerade befinden, 142,10 Euro kostet die Aktie aktuell und wir haben eine Marktkapitalisierung von unglaublichen 341 Milliarden Euro, ein absoluter Standardwert, ja im Bereich von Kosmetik und so weiter, also alles mögliche, was man so im Drogeriemarkt findet, Kursgewinnverhältnis von 31, auch das fair bewertet für Johnson & Johnson, weil sie eben so solide breit aufgestellt sind, 3,11 Prozent Dividendenrendite und jetzt haltet euch fest, seit 61 Jahren wird die Dividende gesteigert und das um rund 6 Prozent im Jahr in den letzten 10 Jahren. Also wirklich sehr stark und auch hier charttechnisch ein sehr, sehr interessanter Punkt, wo wir eine starke Unterstützung haben, also auch hier wirklich mehr Aufwärtspotenzial als Abwärtspotenzial meiner Meinung nach und dementsprechend langfristig einen schönen Aufwärtstrend plus gleichzeitig eben fundamental günstig, das ist eben eine schöne Kombination und jetzt schauen wir uns dann auch gleich nochmal an in den letzten 12 Monaten, was da so passiert ist, da gab es natürlich auch hier immer noch so ein bisschen Problemchen mit einer Klage und so weiter, die da so ein bisschen belastet hat und auch grundsätzlich das Geschäft hat so ein bisschen gehapert, liegt natürlich auch wieder daran an Inflation, Rezensionsängste und so weiter. Also die Umsätze waren nicht mehr ganz so prickelnd, aber auch das, es gibt durchaus schlechtere Aktien, die eben noch stärker getroffen worden sind von Inflation und Rezension und so weiter. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Ausrede dafür, dass man sagen muss, okay, Johnson & Johnson hätte trotzdem irgendwie mal steigen können oder sowas, weil andere Aktien sind ja auch gestiegen in dem Jahr, das muss man auch ganz klar sagen, aber Johnson & Johnson ist halt eben jetzt wieder günstig. Jetzt, wo andere Aktien, die vielleicht schon 2023 extrem gestiegen sind, eben wieder günstiger werden und wieder fallen, ist eben Johnson & Johnson für mich ein Kauf, denn wir haben hier durchaus Nachholpotenzial. So, vierte Aktie, das wäre in dem Fall die Bayer-Aktie und hier muss man ganz klar dazu sagen, das ist jetzt kein super solider Titel. Das muss ich auch ganz klar so betonen, denn ihr seht es auch am Chart, der ist wirklich alles andere als optimal. 33,82 Euro kostet die Aktie und ich sage jetzt, warum die trotzdem für mich eine Top-Dividenden-Aktie für 2024 ist. Auch hier fundamental extrem günstig bewertet, 33 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, Kursgewinnverhältnis von 4 und 7,13 Prozent Dividendenrendite, die aber seit null Jahren gesteigert wird, aber in den letzten zehn Jahren ja um unglaubliche 1,49 Prozent die Dividende angehoben pro Jahr. Ja, ist jetzt nicht viel, aber hier tatsächlich, es ist ein Dividendentitel und grundsätzlich die Dividendenrendite mit 7,13 Prozent ist ja auch nicht schlecht und hier haben wir eben einfach eine absolute Überverkauftheit. Also, ich will das gar nicht runterspielen, Bayer hat sicherlich extreme Probleme mit, vor allem mit der Monsanto-Geschichte, wo ja eben immer noch Verfahren laufen, wo auch schon vieles verloren worden ist, aber jetzt hat man zumindest mal was gewonnen, ein Verfahren und das ist eben auch schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer. Es läuft an sich ansonsten ja auch relativ gut operativ, wir sind breit aufgestellt hier, Pharmakonzernen und so weiter. Also, wirklich extrem breit aufgestellt, ein deutsches Unternehmen, was wirklich eigentlich normalerweise in den letzten Jahrzehnten für Qualität stand, aber eben hier mit diesem Monsanto-Zukauf einfach extrem ins Klo gegriffen hat. Aber auch hier sehen wir, der Kurs berappelt sich aktuell schon wieder so ein bisschen und ich glaube, so bis 50 Euro ungefähr, könnten wir auf jeden Fall 2024 Preise sehen. Das halte ich für durchaus realistisch, denn irgendwann ist auch mal Schluss mit Abverkauf und Bayer ist eben aktuell so günstig, historisch gesehen, wie eigentlich nie. Und selbstverständlich, es kann immer noch zu weiteren Problemen kommen, auch die Probleme mit Monsanto können sich auch noch ausweiten, aber ich gehe davon aus, dass wir hier wirklich zu dem Preis wirklich sehr, sehr günstig und auch eben auch fair einsteigen können. Kommen wir zur letzten Aktie, nämlich Diageo. Diageo hatte ich schon öfters mal empfohlen in meinen letzten Videos auch, auch eine Aktie, die ich bereits in meinem Depot drin habe, 33,04 Euro und ist ein Unternehmen aus Großbritannien, dementsprechend ohne Quellensteuer, das ist schon mal sehr, sehr interessant für eine Dividendenaktie, 70 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, Kursgewinnverhältnis von 17, also eher günstig, oder was heißt eher günstig, für Diageo-Verhältnisse extrem günstig, 3,47% Dividendenrendite und wird seit 36 Jahren gesteigert und das pro Jahr im Schnitt um 5%. Also auch hier schöne Fundamentaldaten, wirklich ja schön zum Einstieg und auch charttechnisch gesehen, auch da, wir haben eine Unterstützung in dem Bereich, wir haben übrigens mit Diageo, wer es nicht wusste, einen der weltgrößten Spirituosenhersteller, also zum Beispiel so Smirnoff und so weiter, also auch wirklich große Weltmarken. Hier gab es jetzt in den letzten zwölf Monaten Probleme eben, dass eben der Absatz nicht mehr ganz so gepasst hat, liegt mit Sicherheit auch so ein bisschen an der Inflation und so weiter, dass die Leute eben auch ihr Geld ein bisschen zusammenhalten und dementsprechend nicht mehr so viel in Spirituosen packen und ja, dementsprechend Diageo abgestraft wurde in den letzten zwölf Monaten, aber auch hier sehen wir ähnlich wie bei Bayer eben auch eine aktuelle Bodenbildung, auch das ist sehr, sehr optimistisch, was da eben, oder es stimmt einen optimistisch, um es mal so zu sagen, die Bodenbildung ist ja da, also die ist jetzt nicht irgendwie optimistisch herbeigedacht oder sowas, sondern die ist ja da. Ich gehe davon aus, dass auch dieses Jahr, wenn die Inflation weiterhin runter und runter geht und die Leute auch wieder kaufkräftiger werden oder kauffreudiger, dass es eben mit Diageo offline nach oben geht und eben auch hier zu stark abverkauft, meiner Meinung nach, aber auch da schreib gerne mal in die Kommentare, ob du das genauso siehst. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, auch gerne zu den anderen Aktien. Hier siehst du es jetzt gleich nochmal und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Jahr 2024. Ich gehe davon aus, dass alle fünf Titel top performen werden, aber wie gesagt, schreib auch gerne in die Kommentare, ob du andere Aktien noch hast, die du eben stark einschätzt und ansonsten lass auch gerne ein Abo da, wenn noch nicht geschehen für das Jahr 2024. Ich lade alle zwei Tage ein Video hoch zum Thema Aktien, Geld und Finanzen. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch beim nächsten Video dabei bist. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles, fantastisches 2024 und ja, bis zum nächsten Video. Mach's gut, dein Flo Pharrell.